Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Walking Dead. Wir sind hier stehen geblieben, haben die Leute eigentlich schon befragt. Das haben wir in der letzten Folge gemacht, deshalb mache ich das jetzt unbedingt nicht. Jetzt müssen wir aber noch mit ihr hier reden wieder. Und da habe ich ja die Energieregel. Ja, das ist sehr gut. Aber was ist jetzt mit den Energieriegeln? Es ist nicht viel, aber hier geht's. Danke. Natürlich. Sehr schön. Jetzt habe ich mich um Clementine geklümmert. Was ist da denn? Geldautomat, vielleicht ist da Geld drin. Da brauchen wir da ja was von. Ja, Plünderung ist echt, hier glaube ich echt dann auch viel. Aber jetzt haben wir zwei Batterien auf jeden Fall gefunden. Können wir das Ding da reintun? Das haben wir beim letzten Mal. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Batterien sind drin. Mal schauen. Vielleicht hast du die Batterien falsch rum reingetan. Ah, die hat die Batterien falsch rum reingetan. Sehr gut. Mal schauen. Mal schauen. Ich muss jetzt hier jeden Klick machen. Mal gucken. Ich muss jetzt aber, glaube ich, hier raus. Das heißt, ich muss ja irgendwie die Dinger besorgen. Mal schauen. Mal schauen, was wir hier so finden werden. Einen Schrank natürlich. Hinterrasser. Einen schönen Koffer. Vielleicht haben wir da was drin. Kann natürlich sein. Oh, okay. Clementine. Ah, ein Schläger. Eine Krücke. Okay, mal schauen, was wir auf dem Schreibtisch so gefunden haben. Take. Kann ich mir helfen? Klar. Klar. Hier geht's. Begült die Finger in den Schrauben. Wie geht's dir? Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht's mit alles außerhalb? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Okay. Okay, hier we go. Du hast Kinder? Nein. Du hast keine Familie? Du kannst nicht darüber sprechen. Du spielst du Sport? Ich spielst du Soccer, aber ich mag es nicht. Ich bin auch nicht verrückt. Okay, ein bisschen weiter. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Sie lieben dich? Ich würde mich nicht schuldigen. Warum? Du kämpfst? Ich kämpf mit meiner Mutter manchmal. Wir haben nicht kämpfst. Wir haben einfach nicht gesprochen. Schau, meine Familie ist weg und ich wünschte, dass die Dinge anders wäre. Ja. Ich bin in ein Problem. Und ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Das war ihre Lieblung. Aber wir lassen uns das zwischen dir und ich, okay? Okay. Weil das Problem? Ja, genau. Nein. Nein. Let's get this done. Sehr schön. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you advantage. Hab ich doch schon gefunden. Und wieder zurück zum Erste-Elf-Kasten. Hm? Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Does it hurt when I do this? A little. Not too much. You sure? Yeah. Okay, dann Pflaster drauf. Yes, please. Wo ich mal in die Schublade rein. Aber da scheint... ...nichts drin zu sein. Aber was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Sie werden uns unterhalten. Don't worry. Ja. Okay. Wir sollten einen Blick aufhalten. Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie versuchen. Bleib bei mir und dann, okay? Okay. Dann wollen wir mal... ...durch die Tür. Das ist die Tür zur Pharmazie. Ja, das habe ich doch... ...ja, das hast du schon gesagt. Das hat er schon gesagt. Das hat er schon gesagt. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Wo kann denn ein Schlüssel sein? Ah, da ist ein Bilderrahmen. Den nehmen wir uns mal auf. Und um zu kümmern Sie? Das geht mal auf. Das ist einter Burgessort. Ich habe ein Foto von der Familie. Auch das Ding. Ich habe das Gefühl. Das ist etwas. Ich weiß, wer du bist. Sie sind Lee Everett. Du bist ein Professor in Athens, der hat einen Städte-Senator mit deinem Frau geblieben. Das ist deine Eltern. Die Leute in der Stadt wissen, dass ihr ihr Kind hat eine live-Sendung. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich beobacht auf diesen Trial. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht. Das ist ein Wettbewerb. Hm. Hast du jemanden aus dem, wer du warst? Oder dass du mit diesem Ort bist? Nein. Ich bin ein Wettbewerb für einen Grund. Du bist ein Wettbewerb. Und das letzte, was wir brauchen, ist ein Drama. Du hast diese kleine Mädchen, und... Schau, mach mich nicht falsch an das. Ich habe keine Planung. Gut. Denn wenn das länger dauert, als ein paar Tage, und du bist ein Wettbewerb für die Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich verstehe. Ich verstehe es nur für mich. Danke. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt baue ich aber noch den Schlüssel. Noch immer für den Raum. Das heißt, ähm... Jeden zum Beispiel? Nicht. Das ist es so. Ich bin ein Wettbewerb. Ich weiß nicht. Schöne ich die Karten. Das ist ein Wettbewerb. Sehr schön. Mal schauen. Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Das heißt, ich gehe nochmal zurück zum Ausgang. Willst du zurück in die Drogstor mit mir? Okay. Lee? Ja? Du bist nicht schlecht, richtig? Ich... warum hast du mir das gefragt? Die Frau sagte, dass du jemanden hast. War das, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Nein, er war nicht. Oh, war er schlecht? Er war. So ist also die Geschichte von ihnen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist aber cool. Ich muss trotzdem mit der reden. Okay, ich muss jetzt trotzdem nochmal... Ich habe gesehen, was ich hatte früher zu tun. Jeder war. Jetzt hat sein Herz wieder aufgewachsen und ich bin nicht zu tun, dass ich nichts tun kann. Und die Angst vorhin mit meinem Vater... Das nicht hilft. Ich habe ihn nicht zu tun. Ich habe ihn nicht zu tun. Ich habe ihn nicht zu tun. auch mit ihm zu tun. Ich habe ihn nicht zu tun. Und die Angst vor mir geht es nicht zu tun. Ja, das ist eigentlich keine Chance. Ich versuche ihn nur zu fühlen. Ich habe ihn nur zu gezogen. Er hat eine Art Aan. Oh überhaupt nicht. Ich habe ihn nicht zu tun. Okay. Ich würde auch sagen, ich mache jetzt nicht mal den Ausgang, weil ich muss mal über den Schlüssel finden. Ich habe eine Chance für die Gruppe bekommen, und ein paar der Roamingen haben mich überrascht. Ich stehe über hier, aber sie werden nicht verlassen. Was ist das? Glynn ist auf der Motorhof. Hey, Glynn, wir werden uns überrascht und einen Gruppe senden Sie, okay? Awesome. Ich sitz fest, bis dann. Das ist gut. Ich werde das nicht halten, bis wir Glynn zurückkommen, okay?